In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, was das Konzept der Pfade in einem Graphen bedeutet und was sind die kürzesten Pfade. Eigentlich ist es relativ trivial. Wenn wir einen Graphen haben, der nehmen wir mal an Städte repräsentiert. Die Knoten sind Städte und die Kanten repräsentieren Verbindungen zwischen diesen Städten. Dann möchten wir wissen, ob es von einer Stadt A zu einer Stadt B überhaupt einen Pfad gibt. Das ist die einfachste Frage, die wir stellen können. Gibt es überhaupt eine Straße von Berlin nach Stuttgart? Und wenn es sie überhaupt gibt, dann über welche andere Städte geht sie vielleicht? Und dann kann man natürlich auch die Frage stellen, welche von allen möglichen Pfaden, wahrscheinlich gibt es viele, ist der kürzeste Pfad von Berlin nach Stuttgart. Ich habe mir hier einen Graphen vorbereitet, der nicht besonders interessant ist, nicht besonders groß, aber für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Wenn wir uns jetzt angucken wollen, ob es überhaupt einen Pfad gibt, dann möchte ich wissen, zum Beispiel, ob es von S nach G überhaupt einen Pfad gibt. Bei der grafischen Repräsentation ist es relativ einfach, gerade wenn der Graphen sehr klein ist, einfach zu sehen, wo der Pfad ist und ob es einen gibt. Ich sehe hier ein Pfad von S nach D, von D nach C und von C nach G. Dieser Pfad ist gerichtet, weil wir einen gerichteten Graphen haben und der hat die Länge 3, was auch immer 3 bedeuten soll. Also 3 Hopps, sagt man sehr oft im Graphen, also 3 Hüpfer, weil man über 3 verschiedene Knoten geht, also sozusagen dreimal sich auf Kanten bewegen muss. Man kann auch behaupten, von S nach D und von D nach C und von C nach G sind die Mühe oder der Preis, um von einer Stadt zur nächsten zu kommen, der gleiche. Deswegen kostet es 3 Einheiten oder 3 Münzen und so weiter. Es gibt allerdings auch andere Pfade. Das ist nicht der einzige mögliche Pfad. Sehen wir uns doch diesen Pfad hier an, der von S nach D führt, aber dann von D nach H, von H nach F, von F nach D und erst dann nach C und nach G führt. Es ist eindeutig keine besonders gute Idee, aber es ist ein möglicher Pfad. Deswegen kommt auch diese Frage nach dem kürzesten Pfaden. Besonders wenn der Graph sehr groß wird und die Repräsentation nicht mehr grafisch ist, dann wird es relativ schwierig zu sagen, gibt es überhaupt einen Pfad, wie viele Pfade gibt es und welcher von den Pfaden von den vielen ist eigentlich der kürzeste. Und in diesem Video möchte ich Ihnen auch einen Algorithmus dazu vorstellen, was eigentlich der allereinfachste ist und der allertrivialste. Und in realen Situationen sollte man es natürlich nicht benutzen, wie zum Beispiel uns mit einem Navi zu benutzen, aber es stellt die Konzepte von wie berechnet man überhaupt diese kürzeste Pfade, was sind die Probleme, wie könnte man es machen. Der Algorithmus heißt Breadful Search oder auch Breitensuche auf Deutsch. Was bedeutet Breitensuche? Breitensuche ist nichts weiteres, außer ich fange in einem bestimmten Knoten an, den Startknoten. Und von diesem Startknoten suche ich den Pfad zum Beispiel zu allen anderen Knoten, die kürzeste Pfade zu allen anderen Knoten oder vielleicht nur zu einem ganz bestimmten. Die Breitensuche gibt mir allerdings die kürzesten Wege von einem bestimmten Startknoten zu allen anderen Knoten im Graphen. Also ich fange mit diesem Startknoten an und ich schaue mir alle Kanten, die ich dort habe. Wenn es gerichtet ist, natürlich in die richtige Richtung. Wenn in diesem Fall haben wir einen Knoten S, das ist mein Startknoten und Kanten habe ich nur eine einzige, das ist diese Kante hier, von S nach D. Es kann aber natürlich auch sein, dass es viel mehr gibt. Ich schaue sie mir alle. Ich berechne ein bisschen vor, was da los ist. Allerdings gilt immer für den ersten Hopf, es ist wirklich einfach. Denn die Knoten, die ich mit nur einer Kante von dem Startknoten erreichen kann, die werde ich wahrscheinlich nie wieder schneller erreichen. Besonders wenn man annimmt, wie in unserem Fall, dass alle Kanten die gleichen Gewichte haben. Wenn es nicht angeschrieben ist, dann haben sie ja die gleichen Gewichte. Das heißt, den Knoten D kann ich bereits mit einem Preis von nur einer Münze oder von nur einer Kante erreichen. Und das wird sich auch nie wieder ändern. Jetzt kann ich schauen, was ich denn von D erreichen kann. Alles, was ich von D erreichen kann, kann ich in zwei Hopps erreichen oder in zwei Kanten. Und auf diese Weise stelle ich auch sicher, alles, was ich davor noch nicht erreicht habe, das kann ich auch nicht mehr schneller erreichen. Und das, was ich jetzt in zwei Hopps erreiche, werde ich nie wieder schneller als zwei erreichen. Und so weiter und so fort. Das heißt, Breitensuche, weil man sich eben alle Kanten anguckt und dort direkt sozusagen den Preis von dieser kürzesten Fahrt auch bereits reinschreibt. Wie macht man das, ist in diesem Algorithmus dargestellt und zwar mit einem Pseudocode, der zugegebenerweise nicht besonders kurz ist, aber eigentlich leichter ist, als man denkt. Dieser erste Teil von dem Code, das hier, ist nichts weiter außer eine Initialisierung, damit man den Rest überhaupt hinkriegen kann. Was macht es? Der Algorithmus bewirtschaftet die ganze Zeit eine Schlange, die heißt praktischerweise Q. Und dort drin sind immer die Knoten, die gerade entdeckt wurden, aber noch nicht exploriert wurden. Entdeckt bedeutet, ich habe sie irgendwo am Ende einer Kante gesehen, von meiner Perspektive, von dem Knoten, den ich gerade alle Kanten exploriere. Aber ihre Kanten habe ich noch nicht exploriert. Das heißt, da bin ich noch nicht angekommen. Man kann sich den Algorithmus auch so vorstellen, dass man von Knoten zu Knoten so richtig hüpft und wenn man da drauf sitzt, dann sieht man alle Kanten, die von dort ausgehen und dann hat man diesen Knoten auch exploriert und davor entdeckt man die Knoten. Diejenigen, die schon mal gesehen hat, die kommen eben in diese Schlange rein. Ganz am Anfang entdecken wir nur einen Knoten und zwar den Knoten S, den Startknoten. Das ist eine Initialisierung des Algorithmus. Und hier steht es am Anfang, for each vertex, also für jeden Knoten, Vertex ist, normalerweise wird es für Knoten benutzt, man kann aber auch for each note sagen. In allen Knoten, die wir haben, außer für S, werde ich verschiedene Variablen setzen. Erstens eine Farbe, Color, und ich setze es auf Weiß. Diese Farben, die helfen mir einfach zu verstehen, in welchem Status diese Knoten sich gerade befinden. Und zwar Weiß bedeutet nicht entdeckt, nicht exploriert. Grau bedeutet entdeckt und grün bedeutet exploriert und entdeckt. Dann setze ich mich noch etwas, was ich D benannt habe, D von U. Das werden wir später sehen, was es überhaupt macht. Das setze ich zu Infinity. Und dann Pi U ist eine Null. D-U ist die Länge des kürzesten Pfades in diesem Knotengrade. Okay, dann für S setze ich die Farbe auf Grau. Die Länge des kürzesten Pfades von S zu S ist verständlicherweise eine Null. Pi S ist der sogenannte Parent oder Eltern oder Mama oder Vater. Nehmen wir mal Vater an. Der Vater von S ist gar keiner, denn die kürzesten Pfades, die beginnen im S. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass er überhaupt einen Vater hat. Vater wäre später, da wo man rückwärts laufen muss, damit man weiß, wie eigentlich die Route aussah. So, und diese Schlanke, die wir bereits besprochen haben, die hier, die setze ich, da habe ich bis jetzt nur einen einzigen Knoten drin, und das ist der Knoten S. Wir haben bereits gesagt, alle grauen Knoten gehören letztendlich in die Schlange rein. So, also, was mache ich jetzt als nächstes? Als nächstes, in diesem Teil des Codes, mache ich folgendes. Und zwar, ich nehme den ersten Elementen aus dieser Schlange hier, in unserem Fall ist das S, und ich exploriere diesen Knoten. Wir haben bereits gesagt, Explorieren bedeutet, dass ich mir alle Kanten angucke, die Knoten, die ich dort vorfinde am Ende dieser Kanten, die entdecke ich, ich mache die grau, und dort werde ich dann auch den kürzesten Pfad neu setzen. Schauen wir uns das eins nach dem anderen an. Für jeden Knoten in der Diazenzliste von U. Das heißt, für jede Kante von S. Schaue ich mir die Knoten, die ich dort vorfinde. In diesem Fall ist es nur D. Falls D weiß war, das war sie auch davor, dann mache ich das grau, deswegen ist es hier schon grau. Und jetzt muss ich auch noch diesen Elementen hier, die Distanz, von D muss ich neu setzen. Und zwar ist sie, ganz wichtig, der Preis oder der Wert von dem kürzesten Pfad, der bei S war, der war ja 0, plus 1. Die Idee ist folgende. Ich bin irgendwo, und mein kürzester Pfad von dem Startknoten ist X. Was ich als nächstes entdecke, der kürzeste Pfad dahin, ist genau X plus 1. Denn ich mache genau eine Kante rumlaufen. Es kann auch nicht kürzer sein, es sei denn, von außen irgendwo kommt es dann zu etwas anderem. Aber in unserem Fall, da wo wir keine Gewichte haben im Graphen, es ist genau das Gleiche. Das heißt, ich kann eine Kante nehmen. Es kann nicht sein, dass ich zwei Kanten nehmen muss, und der kürzeste Pfad kürzer ist. Das geht nicht. Deswegen kann ich das auch so direkt übernehmen. Der kürzeste Pfad bei S plus 1 ist jetzt 1. Und ich weiß jetzt, D kann ich von S erreichen mit einer einzigen Kante. Das ist, die Distanz ist 1. Der Parent oder der Vater wird auch neu gesetzt. Und zwar, was ist der Vater? Der Vater ist S. Von da haben wir es ja erreicht. Deswegen müssen wir es, das ist sozusagen auch der Pfad rückwärts. Und das hier am Ende tut alle Knoten, die ich neu entdeckt habe, die jetzt neu grau geworden sind, tue ich in die Schlange rein. Das wäre dann dieses D hier. Deswegen ist D auch hier drin. Am Ende von diesem Schritt habe ich S ist grün und ist aus der Schlange verschwunden. Das ist das hier. Hier, es ist weg. Der einzige Knoten, der noch drin ist, ist D. Und das ist D hier. S ist grün, D ist grau. Und als nächstes werde ich eben D explorieren. Das ist das, was hier passiert ist. D ist grün geworden und wird aus der Schlange rausgenommen, das S. Was passiert als nächstes? So passiert es eigentlich immer wieder und immer wieder, bis diese Schlange einfach nichts mehr drin hat. Beim nächsten Schritt explorieren wir hier das D. Da ist es. Der hat ganze drei Kanten zu C, zu B und zu H. Und jetzt weiß ich, diese neuen Knoten, die neu grau geworden sind, die kann ich jetzt in genau zwei Kanten erreichen. D konnte ich mit einer Kante erreichen. Offensichtlich erreiche ich die andere mit zwei. Deswegen steht hier die zwei und hier die zwei und auch hier die zwei. Die sind jetzt neu entdeckt worden, wurden in die Schlange reingenommen und D wurde grün markiert, weil wir damit auch schon bereits fertig sind. Beim nächsten Mal gucke ich mir B an. B war am Anfang meiner Schlange. Und hier ist es. Und interessanterweise passiert hier im Moment nicht besonders viel, weil wir hier, steht klar und deutlich, dass für alle Kanten, die weiß sind, nur dann werde ich irgendetwas tun. Hier aber, die einzige Kante von B führt zurück zu S. Das ist für unsere kürzeste Pfade so eine Art Sackgasse, denn von B erreiche ich nichts mehr Neues. Ich kann nur noch zurück nach S. Das heißt, hier werde ich auch überprüfen, ist denn die Farbe von B weiß und ich sage, nein, ist es nicht. Deswegen bin ich auch mit diesem Knoten fertig und B ist einfach fertig nach diesem einen If-Statement. Als nächstes müsste ich C überprüfen. Da ist es. Und da ist es ja auch. Er wurde gerade wieder grün markiert. Er hat einen neuen Knoten entdeckt, und zwar G. Und der kürzeste Pfad von S nach G ist jetzt eine 3, weil man S, D, C, G hat. Man kann hier S zu C nicht direkt, weil es ein gerichteter Graph ist. Als nächstes müsste ich H explorieren. G ist neu dazugekommen. So, wir explorieren jetzt H. Der wurde jetzt auch grün markiert. Da ist er. Der kann allerdings mit zwei Knoten erreicht werden. Der konnte ja mit zwei Kanten erreicht werden. Und er kann F und E erreichen, die wiederum genau mit drei Kanten. Jetzt sind alle Knoten bereits hier, alle grünen, Entschuldigung, alle grauen Knoten, die noch überhaupt übrig sind, sind jetzt alle in der Schlange. Und ich werde offensichtlich nichts Neues eigentlich entdecken, weil alle Kanten, alle Knoten bereits entdeckt wurden. Und alle haben die kürzeste Pfade bereits drin. Ich muss es aber machen, damit der Algorithmus einfach beendet wird. Das heißt, ich werde G nochmal explorieren und sagen, du entdeckst gar nichts Neues. F und E werden auch exploriert und als grün markiert. Und fertig bin ich. Diese Art und Weise kann ich Breitensuche dafür nutzen, kürzeste Wege von einem bestimmten Startknoten zu allen anderen Knoten in diesem Graphen zu finden. Jetzt haben wir die Distanz, der Preis, der Wert oder die Anzahl der Kanten. Es ist alles das Gleiche. Für jeden von diesen Knoten hier einfach reingeschrieben. Das ist mein D von V. Das ist das hier. Das und das, das sind die Werte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, ich habe jetzt den Wert des kürzesten Pfades. Aber wo ist der Pfad selbst? Den verfolgen wir rückwärts durch meine Väter hier oder durch diese Pies. Die haben wir im Moment noch nicht angezeichnet, aber wenn ich sie einzeichne, dann sieht es so aus. Hier haben wir ganz am Anfang schon gesagt, dass der Startknoten hat gar kein Parent, weil er eben der Startknoten ist. Nehmen wir doch mal jetzt irgendeinen zufälligen Knoten. Nehmen wir doch diesen hier. Der sagt, der Wert von dem kürzesten Pfad ist mit 2. Das heißt, ich erwarte jetzt zwei Kanten irgendwo zu finden. Aber wo sind die? Pi ist D. Das heißt, ich muss rückwärts zu D laufen. Und von D gucke ich mir hier das Pi an. Das ist S. Und ich kann hier rückwärts hinlaufen. Das ist vielleicht nicht über Kante, aber so rum ungefähr. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich da wirklich im Graphen laufen kann. Das wäre ja nicht wirklich sinnvoll, weil unsere gerichteten Pfade genau in umgekehrter Richtung zeigen. Es geht aber darum, diesen Pfad zu konstruieren. Das heißt, ich kann es jetzt konstruieren in einer Liste. Dann drehe ich die Liste um und ich habe den Pfad fertig. So funktioniert das. So funktioniert Breitensuche. Und wie ich bereits am Anfang erklärt habe, das ist wirklich ein sehr trivialer Algorithmus, aber er illustriert sehr schön, was eigentlich gesucht wird und wie man das ungefähr macht. Es gibt sehr viele, viel schnellere, viel bessere Algorithmen, die man in realen Anwendungen benutzen sollte. Aber hier für uns ist es erstmal ausreichend, das allererste Suchalgorithmus für kürzeste Pfade, die Breitensuche kennenzulernen. Dankeschön. Vielen Dank.